Wenn man das davonrennen, also ich kann mich erinnern, also quasi schon tief in der Hauptschule waren wir dann einmal tanzen und wenn ich quasi einen Zirkel betrafe, wo andere Leute auch noch gewesen sind, da sind 10 Leute im Kreis beieinander sitzen und wenn ich dort seit 3 Minuten sind, sind sie ganz annah dran, ich meine, das ist eine unglaubliche Meisterleistung.